Die Kölner Verkehrsbetriebe 1906 eröffnete ehemalige Betriebshof der KVB. Er war bis 1994 in Betrieb. Musik Unsere 18 hat im Prinzip zwei Abfahrtspunkte. Zum einen in Thielenbruch und zum anderen von hier. Und nicht nur das. Die 18 hat auch drei verschiedene Streckenführungen. Eine führt nur durch Köln bis zur Endstation Klettenbergpark. Wenn die Stadtsgrenze überschritten wird, ist einmal im Buhl Mitte Schluss und einmal natürlich an unserem Ziel in Bonn. Musik 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 Musik